freitag der 15 dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zu neuen video wir öffnen heute das adventskalender türen und beginn mal der netto adventskalender und ich hab ja schon gesehen da oben ist es türchen und wie ihr schon sehen könnt es ist die lokomotive da wäre vom kaufland adventskalender das türchen und es kommt ein auto zum vorschein hier weiß ich ja nicht ob es da die adventskalender ist aber ich denke mal schon da wäre es türchen und zeigt auch ein auto wie ihr sehen könnt und auch hier bei dem adventskalender der aus dem lidl sein dürfte es ist einfach da oben das türchen zu finden schlecht zu erkennen aber es ist eine lokomotive letztlich ich sag nichts mehr dazu nur da ist es türchen und dass es fast am runterfallen war hier bei dem zweiten adventskalender aus dem aldi in dem fall ist ja da oben das türchen der geschenkte und man sieht ein stiefel warum auch immer und damit sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns auch am morgigen samstag